in der Kirche ist nie im nächsten Film so wird kommen zurück zur nächsten Folge Rage Crew wieder mit den Spacken hoch 10 hier Moin Moin meine aktiven Freunde Morgen Moin Moin meine aktiven Sprecher Einen wunderschönen guten Morgen die Ansage geht da klar an Timbo und an Freaky hier muss ne Cam drin sein Dachte mir von Dampfi und Horst PCXP Ja man Sagt der Kevin weißt du Na 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 Was ist ne Beleidigung oder Natürlich Wollten ihr Tim und Alexander Ich nehm schon mal B ein Wow da steht schon einer da hinten in der Ecke Kann den mal jemand weg holen B wird gesichert Hallo meiner Zu spät Mein Gott Einmal mit Profis Oh Einer durch Jungs Oh einer hängt oben mit USBV und diese scheiß Mine wie auch immer Bewegungsmänner vielleicht Ja genau Die spielen auch mit Tracker Bei uns hängt schon einer oben drin 0-2 Mein Gott Watkins Was hast du dir gedacht mit der Klasse Ja Peter Wegen so ner Klassen mögen wir dich nicht mehr Och man Jawohl Jawohl Campen wir die halt auch weg Ha Ich muss ja schon sagen bei dem Sound von der Waffe da geht mir ja echt fast eine ab Klingt schon richtig geil Auf der Map gefällt mir die Waffe umso mehr Alia Obendrin Jawohl Mann Schatz Was ist denn los Marco Bitte nicht hier im Live-Game mich Schatz nennen Das geht gar nicht Ronny wird ganz rot und kann sich nicht mehr konzentrieren Es bleibt privat Samen Samenstau Bolli Alter leck mich mal drei Gegner Toll Ey ein von den scheiß Geschütz So wird es aber nix mit der Cam Leck mich Jawohl hier kommt mal ne Satcom Wow Beast Mode on Kann nix tun Junge Ben Der leckt Wer leckt Wer leckt Soll ich dich hier konzentrieren aufs Spiel Schwein Fuck Wer war denn da oben Ich Ich Mensch Kevin den muss ich weg holen Das sind zwei Stück Ich kümmere mich ein bisschen Kapinen oder wie er ist Hockt oben mit einem Thermal in der Buchte Ein Porta Was Alia Kann ich ja nix tun ey Ich hab nen nervösen Fingertebo Charlie gesichert Boah Ey ich wills jetzt wo ich mich hincamper Vergesst nicht eure USBVs Könnt ihr uns doch schön hinklatschen Einfach mal radem Ach hier campt Dampfy schon Nur USBVs oben hin Weißt du Alter ich krieg nix geschissen Nein Nix Normal Dampfy Horst die Junge Alter da sitzt du in der Ecke Ja mit den Lacks kannst du nicht mal aufnehmen ey du Sch*** Das läuft arst rein in der Schweiz ist halt die Internet kacke Die Internet Drei Meter Schnee hier Das kommt klar nix Mann ich krieg nur Hitmarker Werde ich hier schon von Freak überholen Was ist denn sowas? Oh das ist einer auf 15 Kann ich schon sagen Will dich ja nicht drängen aber ne Cam muss schon drin sein Muss hier runter das bringt nix Hatte ja auch schaffst du scheiße alter Timbo ist dem Druck nicht gewachsen Möööööööhh Facke einfach Ja hier Ja Na komm Alter Mann du guckst die ganze Zeit hin wieso Er select wie hol er du Sch*** Hab ja ja gesagt du fremd Oh, in der Schweiz, da kann wieder ja nichts Ja Traurig, aber wahr Fiki, oben drin ist einer Zwei Unten drin einer Nee, der kommt nicht runter Oh Ich bin ja hier besser wie ein Oracle Das sind Callouts hier Das sehe ich mir auf jeden Fall nachher mal aus Strikes lang Boah, die sind alle hinten im Spawn Komm ran hier Boah Nein Du Wichser Ja Ja, der bösen Worte bitte, ja Ja, ich lege da einen Piep hinter Da piepst du halt hier auf 24-7 Kann ich nur noch mal wieder schluckt, Alter Alter, wenn ich den Mahl in dem Geh Mach mich weg, ey Nein! Ach komm, leck meine Kimme, du Bastard Marco, du hast 16-0, oder was? Boah, zu zweit, Motherfucker Ey, wer rennt da in die Sch- Ach Und obwohl der Schweizer wieder war Ne, ich Wer sonst Oh, nee 9-7 Ich bin nur positiv Ich glaube, da treffe ich mir der Rotze mehr wie mit dem Ding Ja, aber gleich mit dem Testnamen Ey, wenn dieser Pro-Design nicht wär Nicht B Ach Nu, Mann Jawohl Ich war's nicht Achso Stimmt, die haben uns so krass dominiert, dass wir jetzt sofort B einnehmen mussten Marco Perfekt Als ob du jetzt ne Cam erreichen würdest Unterschätz den Junge nicht Wir liegen in Führung Ich quitte gleich, Alter Ihr wolltet unbedingt Herrschaft Na ja, aber Ach, ich sag nix, Alter Ach, obendrin in der Brauerei oder was, weiß ich Wer schießt da auf mich Ich Ich Campte noch weiter da rum, geh ich Ich hab da gar keinen Bock drauf Jawohl So macht es Bro Oh mein Gott Die sitzen alle in der rechten Hütte drin Drei Stück Dampfi, alle bei dir da oben Ja, ich hab schon den USBV reingeschmissen Unten ist einer da bei dir da, Amfi Im Haus Glück hab ich zwei USBVs Klaut der mir noch den Kill hier Nein, Alter Da komm ich Mein Gott Warum gerade die Waffe hier, die liegt mir gar nicht Wo sind sie denn? Selbst der Kevin hat mehr wie ich Das geht ja mal gar nicht Was soll denn das heißen? Hattest du denn die Verwunde unter dir, du Bastard? Hab ich, hab ich kein Problem Der sitzt da oben im Lagerhaus der ganze Zeit Der Käst Du Wechser 24, sieben schüttelte da oben 1,26 Oh, der hockt mir an der Ecke Yeah, meiner Nein, Tim, da Ja, mit einem Schuss, wow Ohne Scheiße, ich muss mir eine Handfeuerwaffe aufheben, weil ich keine Waffe mehr habe Ich bin aber trotzdem verreckt Das ist kacke Wo stelle ich denn hier am besten in ihr Schütz hin? Verbindete Oracle Online Jetzt aber hier SATCOM Verbindete Bodenstörer aktiv Verbindete SATCOM aktiv Ja, bring mir mal noch ein paar Gegner Wer wird denn da immer reinmachen? Ich nicht, diesmal Ah, ich war ja nicht zu 100%ig Aber nein, das muss ja laggen wie hohle, hohe Scheißleitung, Mann Ja, genau Der Stampf ist, wo ist, bevor hat er mich gebritt, oder was? Sind die alle bei C? Ja, die sind da oben im scheiß Mittler und Hose Mann, die ersten Camper Alter Oh Mann, da rutscht einer mit gegen, so ne Made Ja, kannst du die Prezi des Jahrtausends haben, wenn die Connection nicht stimmen Ich hab ne IMS Unten kommt einer durch Weder noch Genau, hinter mir in der Ecke steht einer, genau, klar, ich seh den jetzt Hätten A neutralisiert Achtung, Freaky, Achtung Nicht, dass die IMS sich trifft Jaa, die auf den Boden, ey One Stone, ey Schassen Und ich fiege den Magaziner dahinter Ich krieg den nicht Da haut den mal bei C, hol den mal raus Watt, watt Jut, hasten Jaa, ich musste erst 3 Minuten anvisieren, bevor ich mal einen Wichs drauf war Toll, jetzt sind sie wieder bei A Jawohl, meine IMS Oben im Rechten Haus ist jemand Und unten kommt jemand raus Da im Tunnel Leeeeeee Quicker Marsch Jawohl, jetzt wird es langsam was hier Mein Geschützer hat Wirklich null Kills gemacht Richtig pro, Junge Boah Glück hab ich Ach, Timbo, komm doch nochmal weg jetzt hier Halt's Maul Kannst du noch die ganze Zeit die Gegner klauen, es reicht Ey, wer klaut denn da die Kills? Timbo Sorry Ne, das war freaky Sorry, ich muss jetzt leider Bison Tracker spielen Boah, das ist jetzt immer noch nicht Keine Muni mehr Genehmigt, ausnahmsweise, aber nur weil du Schweizer bist Alter, wo habt ihr denn hier die Waffenkiste hingefeuert? Nein Auch im Zweikampf ist die Waffe so räudig Sind die wieder bei C, oder? Wie schlecht, aber mit der Waffe Mir geht einfach die ganze Munition Mann Leckt mich fett Die Waffe liegt mir einfach nicht Mann Nein Mann Oben auf den Containern Und unten, drei Stück Glück für mich Ich geh nach der Runde, ich hab da keinen Bock drauf Ja, geil Ey, ich bin so behindert. Diese Brodie, der geht mir auf den Sack. Wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, meine Mami und meinen Papi zu grüßen? Ich bin ein ganzes Magazin, weißt du, und jedes Mal Hitmarker bekommen. Pätze, nein. Sehen wir nicht, das Video. Ach, komm, du Schwupoki. Pack doch die Wörter aus, Achtung. Los, das gewinnen wir noch. Gib mal Gas. Ey, du... Ja, ja. Taliban für Arme, ich... Oh mein Gott. Ja, die sitzen da alle. Können wir alle auf die Waffen schieben, ganz klar. Das Schlusswort kriegt Freaky, würde ich sagen. Halt, stopp. Marco. Polo. Okay, das war dann wohl genügend Aussage kräftig. Termineu.